Q wie Queer Queere Menschen erleben bei uns immer noch Anfeindungen. Sie verlieren ihren Arbeitsplatz oder teilweise auch die Wohnung aufgrund ihrer Identität. Ausgrenzung hat bei uns keinen Platz. Und deswegen wollen wir auch den Landesaktionsplan bei Landpfalz unterm Regenbogen weiter stärken und ausbauen. Wir werden Strukturen stärken, die sich gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit einsetzen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017